Euer Wunsch ist uns Befehl. Vom süßen Engel zum heißen Dschungel-Vamp. Das ist Sandy. Das Ex-No-Angel-Mitglied zeigt sich in der aktuellen Ausgabe der Maxim im gefährlich knappen Urwald-Outfit und macht kaum den Eindruck, als würde sie sich über ihre Figur Gedanken machen müssen. Tja Männer, wir werden die Frauen einfach nie verstehen. Das ist so typisch Frau. Das muss auch so sein. Es gibt dann natürlich ein paar Frauen, die sehr exhibitionistisch veranlagt sind und die sehr zufrieden sind und alles an sich lieben. Bei mir schwankt das halt von Tag zu Tag. Auch mal ist es das und mal ist es das, aber nichts Gravierendes, wo ich jetzt sagen würde, oh, damit kann ich nicht leben. Das ist alles gut. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Das kannst du auch Sandy. Wir vom MaximTV geben dir auf jeden Fall das Prädikat, besonders sehenswert. Und wenn du mal im richtigen Dschungel bist, brauchst du nur kurz zu rufen. Unter unseren Zuschauern wird sich sicher der ein oder andere finden, der den A-A-A-A für dich macht, den Tarzan. Alle Fotos gibt's jetzt in der neuen Maxim.